Gehen Sie heute Abend zur Gegendemo? Das kann ich leider nicht. Ich war vor zwei Wochen in Erfurt bei der Gegendemonstration, habe auch die Hetze gehört. Aber meine Gedanken sind heute Abend auf jeden Fall in Dresden bei der Gegendemonstration. Und ich finde es übrigens gut, dass sich die Dresdnerinnen und Dresdner, die sich mit ihrer Stadt identifizieren, jetzt auch zu einer Aktion im Internet entschieden haben, wo sie posten, dass es ihr Dresden ist und dass sie nicht zu Pegida gehen, auch nicht dahin gehören. Und Dresden, das ist vor allem die Frauenkirche, die ist wieder aufgebaut worden, nachdem die Nazis sie zerstört haben. Und das, finde ich, ist das so ein Wohl, an das man heute denken sollte. Dankeschön. Katrin Göring-Eckardt war das von den Grünen mit ihrem Aufruf gegen die Mitläufer. Dann zurück zu euch nach Köln.